ein ganz besonderes highlight waren die tage im the farm studio the farm ist das studio in dem alle relevanten alben von genesis und phil collins entstanden sind genesis-gitarrist mike rutherford hat mir die räumlichkeiten freundlicherweise zur verfügung gestellt so dass ich hier mit gary wallace zusammen schlagzeug aufnehmen konnte alleine die schon fast antike sammlung von analogen synthesizer hat mir eine gänsehaut beschert der gefließte und mit steinwänden ausgerüstete aufnahmeraum sorgt für einen atemberaubenden schlagzeug sound der wenn man ihn richtig aufnimmt eine wirklich ganz unfassbare präsenz hat das wird die Heighton auf die Seite ja das wird die andere Seite ja ok, so ist das nicht? ok, ich habe nichts ok, ich habe nichts ich werde die Kabel dran sehen ok, wollen wir testen die resten? nichts ok, dann start Gary Wallace hat lange bei Pink Floyd Schlagzeug und Percussion gespielt und wird auch bei der nächsten Chiller Arena Tour mit dabei sein. Es war mir eine große Ehre, gemeinsam mit dem langjährigen Genesis-Produzenten Nick Davis bis tief in die Nacht hinein am Mischpool zu arbeiten. Als Teenager habe ich den Song Mama von Genesis gefühlte hundertmal am Tag gehört und jetzt hier aufnehmen zu können, da wo dieser Song entstanden ist, das hat auf jeden Fall unvergessliche Momente bereitet. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020